Ich habe ja echt gehofft, euch nie wiederzusehen. Was geht ab, Mann? Wir sind wieder da. Mädels, kein Schwein hat das Jump Street Comeback interessiert, aber ihr habt Glück gehabt. Und damit die Jump Street erfolgreich weitergeht, hat die Abteilung jede Menge Geld investiert. Dummerweise haben die Koreaner die Kirche zurückgekauft, deshalb zieht ihr einfach gegenüber in die 22 Jump Street. Ihr beiden Saftsäcke geht jetzt aufs College. Jackpot. Was? Gemischte Duschen? Fuck. Ich werde dir kein einziges Mal kacken gehen, nicht einmal. Wir besuchen ein paar Vorlesungen und Kurse, hören uns wegen der Droge um und finden raus, wie der Dieder ist. Sehen wir älter oder im College alle wie Babys aus? Psst. Einige versuchen hier zu lernen, also schaltet die Lautstärke auf, haltet die Klappe. Meinst du in etwa diese Lautstärke? Einfach die Fressung. Außerdem sieht die echt alt aus. Ach ja? Zu scheiß alt, um hier zu sein. Partner fürs Leben. Es geht nur um Trinkspiele und Kontakte knüpfen, was fällt dir daran so schwer? Nein, du kannst mich jetzt nicht umarmen. Pass auf! Wir sind die Jump Street, denn wir jumpen euch böse in den Arsch. Mhm. Genau in die Ritze. Wir müssen echt einen Experten aufsuchen. Mr. Walters, ich sollte mich bei Ihnen entschuldigen. Weil du meinen Penis abgeschossen hast? Kein Ding. Ich habe jetzt eine Vagina. Und wisst ihr was? Ich bin jetzt Eric Scrumper. Nein, bist du nicht. Doch bin ich! Mein Arsch gehört dir! Oh mein Gott. Hey Eric. Oh mein Gott.